und damit wieder herzlich willkommen heute zu mission 11 der neunte zirkel schau mal, ach ne nicht meine lieblingsfunktion diesmal hat es geklappt, aber ich bin das ding nicht ganz so optimal oh da will jemand mal so viel wie das da ich würde den einschränken nehmen von direkt an den ballern, aber es geht nicht es geht nicht es geht nicht Damn. nur noch ein bisschen mehr Dammt! Schatz! Jetzt haben wir ihn. Gut, wir haben ihn. Zwei hier, auch mit Energie. Ich weiß gar nicht. Ist es egal, zu welcher Treppe ich hochgehe? Ist ja irgendwie nicht, oder? Komisch. Ach, Moment, da ist ja noch so ein Ding. Ah, okay. Das wäre unschön gewesen, wenn er gekommen wäre, wenn ich da drunter stehe. Okay. Hm, ein Portal. Und noch mehr Gegner! Yay! Hä? Oh, da. Er ist strengstens untersagt, allein weiterzugehen. Hm. Halten wir uns da dran? Hm. Ähm. Fuck! Okay. Hm. Oh. Hier. Cool. Gut, dass ich runtergefallen bin. Oh. Ähm. Das hat wohl seinen Preis. Okay. Ob das wirklich so sein sollte? Immer da echt was Ungewichter. Asifze. Ahh. Wow. Was ist das? Warte mal kurz, ich brauche irgendwie Punkte. So, jetzt können wir weiter machen. Ich kann ja nicht einmal die schönen Punkte da rumliegen lassen, geht ja wohl gar nicht. Und noch ein Gegner, yay, komm her, komm her, mein Kumpel, komm her, ja, shit. Shit. Nächster, ach komm so näher hoch. Oh, das Kettel ist echt anstrengend. Also, rumliegt in den Ohren, das Ding. Ich muss hier mal einen anständigen Kopfhörer kaufen und ein Standmikrofon wäre auch nicht gelöst. Aber, dahin muss ich damit auskommen. Ich hab mal eben ein paar Dinge übersprungen, auch gut. Ich bin übrigens leid, dass ich heute ein bisschen ruhiger bin. Ich muss halt vielleicht mal das Mikrofon mal umenden, also die Kopfhörer, weil es ist extrem laut. Da höre ich mich selber kaum noch. Und, naja. Ich persönlich bin ja grad, das geht nicht unbedingt sooo spannende Sachen, ja. das man so gut alles dann wieder empfehlen kann. Ja, solche Momente hat Devil May Cry hat manchmal leider auch. Aber es ist ziemlich zufällig, dass wir am Ende von dieser Mission nochmal ein Stück entgegen zu sehen bekommen. Ja, das Spiel, das hat einfach Scheiße im Regen. Ja, das ist nochmal bemüßt. so viel zum thema alleine darf man nicht weitergehen also so endlich nach der wollte gerade die aufnahme nicht weitermachen keine ahnung warum aber ich habe sie denn bekommen hatte ich auch gewidmet verdammt na gut dann nicht hier war ich doch schon dann gehe ich halt hier runter irgendwo muss ich ein ja da sind wir nun so was haben keine chance mehr gegen uns das ist das ist das ist das ist das ist Ja. Na komm schon, mein Gott, der ist aber auch hartnüßig heute. Mal, mal geht's noch, komm mal her, komm mal her, Freundchen. Im besseren Ansicht, dafür gibt es auch nicht, oder? Oh, feinster Kino-Manier hier, der Hackstühle, die komischen Pseudo-Ritter. Ach, und hier ist er, komm, noch mehr, noch mehr, okay. Und noch mehr, super. Also, ich bin, ich bin gerade etwas angegriffen von den Rittern, die nerven. Wir können jetzt gut und gern mal abhauen. Aber da sind immerhin die etwas schwächer sind, aber die können wir nicht schlecht hier. Soviel zum Demo, die können wir nicht schlecht hier. So, ich glaube, wir haben jetzt absolut nichts. Ernsthaft? Also, jetzt ist mir ganz ehrlich, das ist blöd. Ich benutze ich jetzt mal diesen Teleporter. Noch ein Teleporter. Und jetzt bin ich hier, aber ich will nicht hier sein. Also, wohne ich jetzt wieder hier durch? Oder wie? Die Mission verwirrt mich gerade ein bisschen. Gut, ich glaube, wir müssen hier hin, tatsächlich. Ja, ich glaube echt, das wären mir jetzt unendlich viele Gegner gewesen. Das ist ja auch voll die Zeitverschwendung. Zweckensequenz! Yay! Fuck! Das muss ich nicht sagen. Deswegen sieht es interessant aus. Ich glaube, wir haben einen Unterschied. Ich glaube, wir haben eine Unterschiede auf diesem Punkt. Wie schuldigend. Ich glaube, wir haben einen Unterschied. Ich glaube, wir haben einen Unterschied. Ja. Is it not your wish to become one with her? Within the savior, your mortal bodies will combine, melting into one to manifest and create his core. A thing of utter and pure beauty. Go blow yourself. Ich bin hier, um dich zu schützen. Bitte vertraute mir. Ich bin froh, dass du zu late bist. Aber, obwohl es noch nicht komplett ist, ist das deine Chance, eine Glippe zu finden des totalen Kraftes unseres Heiligen. Okay. Irgendwas sagt mir, ich muss jetzt wegen dieses riesengroße Steinvieh kämpfen und ich habe fast keine Energie mehr. Das wird lustig. Also... Oh. Ah, okay. Ich weiß wieder, wie das geht. Ich muss an deine Energiepumpe wandern. Diese zwei leuchtenden Kugeln hinter ihm. Sag nicht. Dump! Wenn du einfach mal... Ah, okay. Fuck. Okay. Das war's erwartet. Erinnert ihr euch noch, als ich sagte, Mimus Waffen sind nur Tat von Arsch? Ähm. Das klingt verrückt. Die sind schon relativ praktisch jetzt gerade. Fuck. Gianna Enteel! Und damit nicht haben wir die Presse hier. Das hat gesessen, würde ich mal behaupten. Aber, zur Vorsicht, ja, ich habe ein bisschen ja vorher schon mal einen gekauft gehabt. Ich denke, ich nehme jetzt mal so eine Mittelenergie, die dürfte reichen. Und direkt wieder was gesagt. Gut, dass ich die genommen habe. Fuck. Fuck. Und wieder was geht, dich zu essen hier. Komm her. BAM, ne. Es läuft recht gut, aber ich glaube, es ist nicht der letzte Kampf war. Also, jetzt nicht der End-Gilch, der End-Gilch. Ah, okay. Super. Super. Ich liebe fast. Shit. Shit. Okay. Schnell, 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 schnell. Ach, komm schon. Scheiße. Shit. Ja. Ja. Ja, komm schon. Könntest du den auch mal angreifen? Gott verdammt normal. Irgendwas muss hier passieren. Komm schon. Komm schon. Ich könnte es einfach mal töten lassen. Sehr unglaublich sympathisch. Nein. Gott verdammt normal. ach f*** dich doch Oh man, immer wenn du diesen scheiß Move machen sollst, machst du ihn nicht. Leck mich fett. Ich hoffe, ihr habt wieder eure Unterhaltung, wo ich ja am Anfang so schön still war. Jetzt geht sie wieder zur Sache. Immer dieselbe Kacke, Junge. Ach, fick dich doch. Das geht doch hier nicht mehr zu Ende. Komm schon. Kommst jetzt her, du Stück Scheiße. Oh, bei den Nebels merke ich gerade. Ich sollte vielleicht mal ein Fenster aufmachen. Oh, oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ähm, ja, ähm. Puh, shit. Ah. Ich sag ja, Unterhaltungssatz steigt wieder. Ähm, ja. Puh. Ich muss mal einen ganz kurzen Schnitt machen, Leute. Okay. Ähm, ja. Das Problem mit dem Nebel ist verlöst. Ja, ich hab ähm, was zu essen drin gehabt. Hab mir gerade Hähnchenbein da gemacht. Und, äh, den Ofen wohl ein bisschen zu hoch. Essen ist zwar super, also ich hab's noch nicht gegessen, aber es wird ziemlich super sein. Aber die ganze Wohnung war voller Nebel. Und ich hab das gerade erst mitbekommen, als ich den Typen fast besiegt hatte. Oh, je. Erstmal ein Fenster aufgerissen. Und ein bisschen entlüftet. Aber jetzt geht's wieder. Also, nur noch Küche ein bisschen lüften. Und, ja. Ja, ich hab's gerade schon mitbekommen. Ihr wahrscheinlich intensiver. Wir müssen jetzt gegen die Sisten. Wir müssen große Fehlkämpfen. Yay. Ich freu mich. Total. Ähm. Und allen Dingen, dass ich fast nichts mehr an der Energie da habe. Aber. Wir haben ja immer ihn. Oh nein. Nein. Shit. Shit. Fuck. Waaaat. Ja, natürlich. was ist was ist flüssiger als dass ich von jeder seite gerade gekriegt wurde könnte mir mal jemand irgendwie eine minimale chance geben immer so ruhig zu schlagen auch mehr wo wäre ich sterbe so was okay leute ich glaube das ist schon fast der moment an dem wir wahrscheinlich zum ersten mal game over gehen super geil nein 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 will ich töten besser auch so eine scheiße so eine scheiße scheiße und scheiße warum ich jetzt wieder teufelsenergie nehmen fragt euch und dadurch minimal lebensenergie bekommt aber auch nur minimal und man ist ein ganz kleines stückchen stärker äh ich bin gut ja ich nehme eine goldene kugel es geht ja nicht anders ich muss den töten das war gerade scheiße teuer toll super geil nein oh mein gott ich bin mal ausgewichen diesmal aber nicht ach man junge ich will dich doch nur töten könntest du dich einfach mal stehen bleiben natürlich nicht warum auch weißt du kannst du dich einfach nicht stets setzen ich bin auch nicht nicht ich bin doch mal ich bin doch mal ich bin doch der ja na endlich geht doch und noch mal noch mal noch mal teufels power wir sind nicht ja